Hallo Freunde zu der 30... na warte mal, zu der 30. Folge. Ja, jetzt habe ich hier mal angefangen Sonnenblumen zu ansehen. Können wir sich mal noch... Mal überlegen, wo ist das Auto? Hier. Gut, wenn der andere noch dran ist und Sonnenblumen... Oh, schön wie der Raps kommt. Das ist ein sehr schöner Anblick. Sind zwar so zweidimensional, aber... Strahlt in der Stein. Ja gut, komm, machen wir. Wir müssen die Cash-Kasse, wir müssen ein bisschen Geld einnehmen. Und wir brauchen ja Geld, meine Freunde. Sieht schon speziell aus. Tut mir leid, meine Freunde. Ich wollte mal kurz einen Green-Shot machen. Das ist so... Tut mir leid, jetzt gerade einen Green-Shot, aber... Das hat so geil ausgesehen gerade. Ja, letztes Mal auch schon, weißt? Komm doch hin oder geh! Hilfe! Das ist alles voll scheiß. Alle aber nicht schuld. Ich hab schon gesagt, der war's nicht schuld. Du bist immer schuld. Nein, Spaß. Ein bisschen Scherz am Rande. Also wer kennt alles mehr, schreibt's mir unten rein. Das ist gar nix! Das ist gar nix! Dreck. Die thin Chair hier. Das ist gar nix! Das ist so. Immer irgendwie wirklich rum, weil ich war meistens noch nicht eigentlich an den Heferlaufen, gerade bei solchen Sachen, weil es ist meistens mega mühsam. Gerade bei solchen Sachen hier. Wir hoffen euch gefällt mir meine Mapvorstellungen damit, so letztes Mal habe ich wirklich wie gesagt die 30. Map rausgehauene, fast irgendein Jahr lang habe ich jetzt das gemacht und das immer wieder mal. Mir macht es auch Spass, euch auch mega viel Maps zu zeigen. Das sind sogar die Spuren. Das ist so geil. Das ist der richtige Ansatz. Aber eigentlich ehrlich gesagt, wie es nun realistisch ist, ist es schon, weil eigentlich fährst du nicht mehr. Ja, so wie es jetzt da ist, eigentlich nicht mehr durch. Ich kann schon, aber dann hast du eigentlich Fahrspuren. Aber eigentlich fährst du nicht mehr so durch den Bestand. Eigentlich machst du das nicht mehr so. Weil, wie gesagt, es ist dann bloß doof, wenn der Kabinett in solches was durchfährt, besonders mit so einem Monsterreifen. Also gut, krass, es gibt ja schon normale Bereifung, aber dann nimmst du eigentlich meistens immer die kleineren Traktoren. Also wenn du Dünger streust, benutzst du im größten Teil immer die kleinen Traktoren. Mit einem schmaleren Reifen oder sonst mit irgendeiner Pflegeüberreifung drauf, kleiner Düngerstreuer. Eigentlich machst du das nicht mehr, oder wie gesagt, sonst Fahrspuren, habt ihr sicher auch schon ein paar Mal gesehen. Aber sonst machst du eigentlich das nicht mehr. Dann machst du den ganzen Bestand kaputt. Das geht ja extra. Habt ihr eigentlich den Mod auch da, die drei Anpassungssachen? Also, ich glaube, erst ist der Fruchtzerstörung, zweitens ist ja das mit dem, wenn der Boden, dass der Boden irgendwie ungenau ist. Und der dritte ist ja, glaube ich, auch die Anpassung. Also, ich habe alle, also ich habe nur zwei von drei drin. Also, der mit der Fruchtzerstörung habe ich da ausgelassen, weil ich fand's doof. Gut, klar, man könnte ja das realistisch machen. Und so, aber ich persönlich fände es doof. Also, wenn ihr eine Challenge wollt machen mit Seasons-Mode, Fruchtzerstörung, Pflanzensterben aus, war noch was? Also, ja, realistisch, wie möglich, wenn ihr solche Challenge wollt machen bei euch, macht das. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, das habt, wenn ihr das macht, schreibt mir das unten rein. Wenn ihr jetzt so den Seasons-Mode drin habt mit den Zusatz-Sachen. Blutzerstörung, Blutzerstörung, Fruchtzerstörung, Anpassung und Pflanzensterben aus, wenn ihr das habt, schreibt es mir unten rein. Und so, ja, ne, krägisch. Ja, könnte passen. Was klugt der so? Aber sieht irgendwie schon geil aus. Komm on. Ja, meine Freunde, wir sind bei der zweiten Hälfte. Haben knapp fast 5000 Dollar verdient. Komm, wir haben ja noch ein paar Beulen, Fruchtzer. Ja, meine Freunde. Ja, meine Freunde. Komm, wir haben ja noch ein paar Beulen, die wir mit G् weighed, sind immer wieder gut. Aha, meine Freunde. Ja, meine Freunde. Ja, meine Freunde. Die Sonnenwitz gibt es auch, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen. Die Sonnenwitz gibt es auch, dass wir hier ein bisschen Platz geben können. Die Sonnenwitz gibt es auch, dass wir hier ein bisschen Platz geben. Hey, bleibst du hier? Kleidenbock. Kleidenbock. Wenn ihr wollt fliegen. So, gehen wir weiter mit dem Auto. So, wenn wir hier dann. Ja, wollen wir ja? Na ja, komm. Wie ist denn? Das haben wir jetzt. Ja, gut. Gut, ist ein bisschen da. Großes Feld. So viel Zeit habe ich nicht. Genau. So viel Zeit habe ich. So viel Zeit habe ich. So viel Zeit habe ich. Ich habe eine große Digitalkamera. Ich habe eigentlich die große Digitalkamera. Gut zu merken, nochmal fünfmal mit dem äh, wenn, nochmal fünfmal eine gute Langel. Was ist jetzt? Weißer. Nichts. Ist ja keine Zeit lang dran, ne? Ja, fahren wir mal dort hin. Auch Schnitzen. Wie gesagt, Nummer fünf wäre mal eigentlich was, wenn man einen echten anderen Part macht. So. 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 Was die, wenn wir da tun? Ja. Hier ist er, sagen wir mal, was ist denn wir machen, brauchen wir gar nicht, nein, nein. Ja Freunde, das wird wieder gewesen sein, mit dieser Folge, danke, dass ihr zugeschaut habt und bitte abonniert mich, das würde mich freuen, ihr könnt mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aktiviert bitte die Glocke, schaut bitte bei Twitter und Instagram vorbei, ja, bitte folgt mir bei Simulator-LP und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal vorne, ciao Leute.